Aber von nun an war hier sein Vaterland. Sein Herz war umgewendet. Er sah sie öfter. Sie vermied ihn nicht. Doch waren es nur einzelne und gestohlene Augenblicke. Denn ihre reiche Familie bewachte sie genau. Noch mehr ein angesehener, eifersüchtiger Bräutigam. Sie gestanden sich ihre Liebe, wussten aber keinen Rat in ihrer Lage, denn er war fremd und konnte seiner Geliebten kein so großes Glück anbieten, als sie zu erwarten berechtigt war. Da fühlte er seine Armut. Doch wenn er an seine vorige Lebensweise dachte, dünkte er sich überschwänglich reich, denn sein Dasein war geheiligt. Sein Herz schwebte immer da, in der schönsten Rührung. Jetzt war ihm die Natur befreundet, und ihre Schönheit seinen Sinnen offenbar. Er fühlte sich der Andacht und Religion nicht mehr fremd und betrat dieselbe Schwelle, das geheimnisvolle Dunkel des Tempels, jetzt mit ganz anderen Gefühlen als in jenen Tagen des Leichtsins. Er zog sich von seinen Bekanntschaften zurück und lebte nur der Liebe. Wenn er durch ihre Straße ging und sie nur am Fenster sah, war er für diesen Tag glücklich. Er hatte sie in der Dämmerung des Abends oftmals gesprochen. Ihr Garten stieß an den eines Freundes, der aber sein Geheimnis nicht wusste. Und so war ein Jahr vorübergegangen. Alle diese Szenen seines neuen Lebens zogen wieder durch sein Gedächtnis. Er erhob seinen Blick, da schwebte die edle Gestalt schon über dem Platz. Sie leuchtete ihm wie eine Sonne aus der verworrenen Menge hervor. Ein lieblicher Gesang ertönte in seinem sehnsüchtigen Herzen und ertrat, wie sie sich annäherte, in die Kirche zurück. Er hielt ihr das geweihte Wasser entgegen, ihre weißen Finger zitterten, als sie die seinigen berührte, sie neigte sich holzselig. Er folgte ihr nach und kniete in ihrer Nähe. Sein ganzes Herz zerschmolz in Wehmut und Liebe. Es dünkte ihm, als wenn aus den Wunden der Sehnsucht sein Wesen in andächtigen Gebeten dahin blutete. Jedes Wort des Priesters durchschauerte ihn. Jeder Ton der Musik goss Andacht in seinen Busen. Seine Lippen bebten, als die Schöne das Kruzifix ihres Rosenkranzes an den brünstigen roten Mund drückte. Wie hatte er ehemals diesen Glauben und diese Liebe so gar nicht begreifen können? Da erhob der Priester die Hostie und die Glocke schallte. Sie neigte sich demütiger und bekreuzte ihre Brust. Und wie ein Blitz schlug es durch alle seine Kräfte und Gefühle. Schöne Vielen Dank.